passt auf in der losläuft da ist ein ast oh gott ein ast spaß verderber ja und enten wir hatten echt lang kein krokodil mehr von rechts ja ich glaube ich würde spinne ja noch es weiß ja klar ja ja hast du sie ja ja wir versuchen gerade zu killen ach so ich dachte sie hat auch noch eine haft dabei okay ja 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 Die Tür ist verriegelt. Hallo. Hallo. Falle. Falle. Ist der Weg nach oben noch offen? Nee. Ah. Die Falle. Ja. Hier oben ist er noch Fallen. Verteile ich noch hier oben. Da ist nur eine. Naja. Besser als nichts. Ja was? Da gibt es noch eine Leiter. Irgendwie habe ich von unten gesehen. Ja. Da ist schon eine vor. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Bin ich schon. Alles schon doppelt verriegelt. Ich habe auch noch zwei übrig. Dann mache ich hier nur eine. Scheine andere Team getroffen zu haben. Ausgang ist. Nordostost. Äh. Nordwestwest. Das ist so. Ah. Da ist noch eine Leiter. Okay. Einer ist tot. Das ist so. Südwesten sehe ich was. genau in die falsche richtung also warten oder anderer ausgang ist im südosten oder der ist viel zu weit weg drei kompounds entfernt also so 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 sie haben sie einfacher ich meine ich höre Schritte auf holz aus dem süden vor der tür vor uns über uns was war das denn ja ich wollte eigentlich drüber springen hat nicht geklappt so 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 Alles schade? Bei mir ist alles klar Bei mir liegt er Ja, ich sehe ihn Danke für die wilde Spende Trottel Die Treppe noch safe? Halb Der hat doch gerade wieder selbst safe gemacht Hä, ist der ein Tuppis? Der hat gerade seinen Mate angezündet Das ist doch super Vielleicht ist es nicht sein Mate Den wollte ich noch looten Arschloch Kinder sind bluten Sag das doch mal im Chat Arschloch, ich wollte einen Mate noch looten Das war sein Mate, der hat den irgendwie aufgehoben Oh, was für Tuppis, das spielen wir hier gegen Das ist vielleicht Schlange Äh, nicht Schlange, Nekromant Ich weiß noch mal was hoch Hallo Tuppis Dachtest du jetzt, ich werfe dir eine Granate vor die Nase Liegt der Typ noch da, der eine, wenn du sagst, der guck mal Klar, hab ich direkt geguckt Sind sie alle tot? Ja Ok Truppisse, ey Wichtige Truppisse sahen das Ja, ja, eins, zwei Natürlich, drei Achtung, da ist noch eine Falle Ich versuch dran zu weit zu springen Gut, hier hinten kannst du den letzten Hut kommen Aber denk an die Falle am Boden Ich hab die ein bisschen eingeräuchert Da oben lag noch einer Hier Hier, sag Hier, sag Ja So, dann schau dich noch einmal um, dann lauf mal los Ne, nix Alles klar Jetzt genau Richtung Westen Die kleine Stimme greift, glaub ich, nicht mehr für ihn Ich bin langweiler, ne 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 Ich bin langweilig Ich bin langweiler 在 Сер-D Ich bin langweiler, die hier Das ist ja. Das ist ja. Gut, gut. Tja, das war alles so. Das ist ja auch schon was von draußen. Er kommt von draußen her. Es fällt mir vor die Füße. Es ist ein Hunter. Der wird ganz sicher nicht mehr Millionär. Das war nicht so gut. Man merkt euch die Werte. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Ja. Die erste Runde. Jetzt oben. Ja, einfach mal zweimal gekillt. Ich bin jetzt mit leise unterwegs. Da ist so ein Teil. Ich bin jetzt hier. Tüchterfett hier drauf. Klar. Ja. Ja, warte. Ich hab's fangen wir. Hier, der ist immer noch hinter mir. Das langt's aber. Ah, er will weiter, aber er darf vom Spiel aus nicht. Siehst du wie er da steht? Schießt jemand auf den? Nee. Da schlug gerade einen Schuss ein. Doch, doch. Sei ich, weil der Hunde aktiviert war. Naja, ich kann ja nicht. Äh. Ja. Ja, vergiftet. Ich wusste nicht wohin. Das war scheiß Situation. Alles gut. War ja schallgedämpft. Nur ich war irritiert, weil ich dachte, das wär halt ein anderes Team. Ja, aber der hätte ja auch ziemlich genau geschossen. Auch wahr. Ich brauch gleich neues Ding hier. Ich hab, äh, Heilung. Ja, alles klar. Ich auch. Okay, Hafenbecken. Wir können wieder zurückreden. Juhu. Hä? Oh, mein Gott. Oh. wieso, wieviel hast du denn? da sind Alea. du bist Lea? da sind Vögel, ne? du hast Alea. ne, Dirk sagte ja, wer Lea hat. deswegen war ich grad, hier ist Heilung. Alea, ich hab Alea verstanden. ja, hab ich auch gefragt, wo ist Alea? hinter euch. ach so. ich hab verstanden. du wärst leer. ich war schon irritiert. Bisse. Bond. Dings. ich muss ehrlich zugeben, ich hab nicht das Gefühl selten was an dem Plagmesser getan. Du brauchst nicht Schlagmaßgefühle. Enten rechts. Echt? Hast du das Gefühl, es wär schwächer? du brauchst nicht Schlagmaßgefühle. okay. oh, das ist ein Punkt. Tschüss. da ist oben. das weiß. das weiß. ist hier unten. das weiß! mehr das weiß. da ist da Was weiß Nee Nee, hab ich roh und sterblichkeit aber fallen das leute da liegt falle an der einen türen die können hier auch über die fenster ein ich stelle die das bringt nicht was ich jetzt gemacht habe hier steht auch falle eine habe ich noch ich glaube dass hier irgendwo munition noch gibt ich denke ich an das fenster hier noch eine ist weg da gesetzt Ausgang ist im Südwest. 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 Ich habe die für alle hier weggenommen. Müsst ihr den großen Sprung machen, damit ihr im Wasser landet oder so? Ich habe den großen Sprung machen, damit ihr den großen Sprung machen könnt. ist leer. Das war quasi eine Speed-Round. Für das wir das einzigste Bounty sind, bemerkenswert, einfach rausgekommen. Ja, finde ich auch. Ich habe ja mit irgendeiner Form von Gegenwehr gerechnet, aber gar nichts. Da war das Spiel gerade großzügig. Ja, genau. Wir sind alleine auf dem Server. Da war das Spiel jetzt gerade echt großzügig. Ja, voll war er zwar nicht, aber war genug Leute da. Und noch eine Event-Freischaltung. Oh, 193 Hand-Dollar. Das war seltsam. Da war der Oberk forthentwoh conversation, ensibleer Fest-Projekt. Und da war das Spiel auch mit dem Ohn selber befinden.